Komm, jetzt sind Jumpin' Wand, René. Schaffst du das? Schaffst du das? Hallo, Hallöchen und was geht ab? Willkommen hier zu einer weiteren Runde von der Epic Jump App Mario Dish mit dem Flash-Toon. Hi! Hallo! Ja, und gestern gab's... Scheiße, ich hab mein... Ich werd weggeschmissen, Super Mario. Schatz aus dem Schwert und so. Jetzt springen wir erstmal ein bisschen weiter und dabei erzähl ich jetzt mal eine kurze Erklärung zu gestern. Und zwar gab es gestern kein Video und heute wahrscheinlich eh wieder ein bisschen später, weil ich war heute den ganzen Tag ein... Scheiß-Troll-Spacko ist das, ne? Oh, scheiß. Wir haben uns voll verarschen lassen. Wanna make it twice as scary? Look down. Ach, doch nicht. Ach, doch. Ach. Hey, das war doch grad richtig. Ja, ja, war's auch. Ich hab gedacht, das wäre wieder so ein Trollololul-Sprung gewesen. Nee, nee. Das hätte ich dem jetzt auch noch zugetraut. Ja, auf jeden Fall war's gestern so. Oh, oh, oh. René's Pen in der Bahn hatte ein bisschen zu spät, Verspätung und so. Und deswegen ging das schon mal nicht und... Ich hab grad einen halben Herzinfarkt gekriegt, wenn ich runtergefallen bin. Ist ein Behindertal. Ich hab ein Dingsterbums, der Checkpoint, gesetzt. Ach, du auch nochmal, okay. Okay, auf jeden Fall, ähm, ja, und deswegen saß ich hier gestern. Wo ist dein, der René? Wir wollten doch heute noch eben schnell ganz schnell aufnehmen, ja. Er war nicht da. Ich hab dann mal so eben mein Spacken-Handy genommen, einmal kurz WhatsApp aufgemacht, gefragt und dann, ja. Deutsche Bahn FTV, so. Ja, und, ähm... Ja, heute war ich dann ein bisschen länger unterwegs. Wir haben uns gerade 18.36 Uhr, also die Folge sollte so um 19.36 Uhr kommen. Äh, vielleicht oder so, so 19, 19, 30, 20 Uhr. Hoffentlich, wenn YouTube und mein PC mitspielen. Ähm, und mein Internet natürlich. Also, freut euch. Hoffentlich ist die so pünktlich wie möglich gekommen. Also, deswegen, ähm, ist halt im Moment ehrlich ein bisschen stretzig, ne. Ja, ja, ja. Äh, ist ja eben so, ne. Ich hab ihr natürlich zugehört. So. Ja, ja. Grab this lever and jump through the... Through the balcony. Balcony. Mein Gott. Go back to the ground and find the cave leading world to... Äh, one step closer to your princess beach. Yes, I say beach. Bitch, was? Ich hab's nicht erst gesprochen. Haha, sorry if you were hungry. Ja, guck, der hat das, der hat das sogar bestimmt so an so einem Taschenrechner ausgerechnet in seinem kleinen Trollzimmer. Wie viel Essen wir brauchen. Du hattest ja schon den Essensmangel hier. Ja. Hast du mich jetzt geschlagen, Alter? Nee, wieso? Ach, da, hö, ne Spinne einfach. Die springt einfach ne Spinne auf mich drauf. Ne fette Sau, ne fette Spinne ist da auf dich drauf gesprungen. Ach, das sind Wasserlöcher. Oh, und ich bin wie ein Behinderter die ganze Zeit da rum drauf springen. Ich nicht. Nein. Gar nicht. Die Wasserlöcher triffst du nicht. Doch, ich hab's getroffen. Hä, ich nicht. Tja, dann bist du schlecht. Tja, dann bist du schlecht. Biss du schlecht, oder was? Nein. Oh. Nein. Oh. Schleck. Mal. Ein bisschen doller. Aua. Oh Gott. Komm, René, wir schlecken diese Folge richtig doll durch. Das war noch ein halbes Herz. Remember, follow the glowstone. Glowstone? Welche glowstone? Alter, ich treff diese scheiße... Na, 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 na. Ich schaff das nicht. No, jump down there and find the cave leading to World 2. Okay? Wie, warte mal. Wo soll ich denn jetzt hin? Was steht denn da? Wir sollen auf jeden Fall die Glowstones folgen. Die Glowstones folgen? Was? Wir sollen die Glowstones folgen. Ich hab mir selber nicht zugehört. In Deutsch bist du auf Welter. Ich will mich hier gerade am um... Ich will mich hier gerade am umschauen. Wir sollen die Glowstones folgen, oder was? Ja. Bist du ein Spank, weh? Hinten sind Glowstones. Was sind denn Glowstones hier? Bist du bei hinten? Ach so. Ich dachte, du fragst jetzt echt, was sind Glowstones? Sind das nicht die... Ach nee, warte, hier rein? Nee, gar nicht. TP Methune. Warte mal. Ach, hier ist ein Wasserloch. Nee, doch nicht. Das ist einfach nur ein blauer Block. Ah, hier sind Glowstones. Aber nee, hier waren wir doch schon. Was? Hä, wo sollen wir denn hin? Hier in die Röhre, oder was? Nee, sind wir auch schon reingegangen. Kommt das für mich ein bisschen bekannt vor. Ich glaube, nee, doch nicht. Ein bisschen. Ah! Jot! Bist du dir sicher, dass wir hier schon gewesen sind, da? Ja, ja, ja. Die Kiste ist ja auch leer. Heißt ja nur, dass du hier warst. Nein, das meine ich ja nicht. Ich meine hier, da unten. Da. Ob wir da hier schon waren. Da. Bei den ganzen Glowstones hier. Ich weiß nicht, ob wir hier schon waren. Aber ich meine, wir sind da durchgegangen. Ich weiß es aber nicht. Ach, hier, das ist ja so ein Trollolololol-Scheiß gewesen, glaube ich, oder? Ja, hier sind wir ja schon durch. Wo du gar nicht springen musstest. Okay. Was stand denn oben nochmal auf dem Schild drauf? Was hattest du da gerade eben von dir gegeben, was da drauf stand? Ich habe wieder vergessen. Na, du bist da oben. Ja, ich weiß. Hast du Dingens? Ähm. Hast du, ähm. Ja, hier Optifine. Ja, das schon. Aber wie soll ich denn da dran gucken jetzt? Ja, keine Ahnung. Ah, vom Berg aus, oder was? Ich gucke jetzt vom Berg. Really cheated, Hack. Now jump down there and find the cave leading to World 2. Wir sollen also jetzt einen, äh, einen Cave finden. So. Und da müsste dann irgendwas mit Cave 2 sein. Und dann gehen wir jetzt mal hier runter und schauen dann mal. Ich denke mal, das ist hier unten irgendwo. Weil das ist ja hier sozusagen die Overworld. Ha, wir werden das schon finden. Warte, warte, ein Cave also. Ähm. Warte mal, hast du denn irgendeinen, äh, irgendeinen Schalter gedrückt oder so? Mh, mh. Nö, ich habe keinen Schalter gedrückt. Aber ich habe auf jeden Fall einen Schalter gerade hier oben gekriegt. Sag mal. Aber ich habe keine Ahnung, wo wir den liegen setzen sollten. Irgendwie so ein dumpfes Gefühl, dass hier eine Kiste mit zwei Coins ist. Ha, ha. Mann, das hilft uns auch nicht weiter. Sorry. Musste sein. Ich habe übrigens sechs. Wie viel hast du? Eins. Nicht ehrlich? Doch. Du hast dich wirklich nur ein. Doch. Bist du schlecht oder was? Kann sein. Bist du schlecht oder was? Hey, jetzt mal ehrlich, hey. Wo ist denn hier das? Entweder, hier geht's runter. Hier geht's runter. Ja. Sieht doch eher aus wie so ein Cave hier. Was steht hier? You finally found where you need to go. Woohoo. You still have no idea where your princess is, but you do. Need her to make you a sandwich. Find a letter and put it on the question block below. Don't cheat on this one. Nicht cheat, Junge. Du hast hier hackt. Sowieso. Ey, Alter, du Piss, drück den Knopf, drück den Knopf, drück den Knopf. Danke. Das ist das Kiso. Ich habe einfach so lange zu warten. Dauert mir zu lang. Matthew in LP. Ah, weißt du, was ich gefunden habe? Die Kiste mit zwei Gold. Ist mir egal. Ich sammel die nicht mehr. Bist du so blind, du Madfresse, du. Ja, ist mir egal. Mir ist das egal. Ja, als wenn. Ich höre das doch schon an deiner Stimmlage. Dass du schon wieder so richtig Biest auf mich bist. Ist doch nicht jetzt immer so gewesen. Ich konzentriere mich wenigstens auf den Weg. Ja, habe ich ja auch. Hier habe ich einmal umgedreht. Guck, hier, da hinten war die. Einmal umdrehen, dann war die da schon. Ja, die siehst du von hier aus nicht. Musst ein paar Meter zurück. Na, warum rutsch ich denn da immer runter? Was machst du denn hier, René? Was wird denn das schon wieder? Du machst ja auch richtig schon wieder, keine Ahnung, richtig die Party-Time. Boah. So, jetzt erstmal together fressen. Reloaded. Nein. Oh, fuck. Oh, scheiße, ey. So. Ja, genau. Oh, ja. Ja, danke, René. Was denn? Guck da mal hier unten. Ja, danke, René. Oh, hier ist ein Blaze. What the fuck? René, danke schön, dass du hier eine Spinne gespawnt, spawnen lassen hast. Ja, weil hier ist ein Blaze. Herzliches, danke schön. Und ich brenne. Ah. Ja, ich bin vergiftet. Was jetzt besser ist, weiß ich nicht. You mad? Bro, you mad, ey, das hat sich angehört, wie, 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 you mad? Mann. Hier sind so Sprünge, da kriegt man einfach, man, kriegt man einfach einen scheiß Pfeil in den Rücken. Na, hier ist schon wieder, ja, danke. What the fuck? Die hat mich abgekippt, die Pisserin. Guck dir die an da hinten, die fette Sau. Die kriegt nächstes Mal. Einfach mit einem Schuss oder einem Schlag. Ja, genau. You mad oder was? You mad? Nein. Du pisst. Ich weiß nicht. Hätte ich jetzt auch gesagt. Was? Richtig, der Pferdner. Loh, hast du das gesehen? Ich war cool, war ich cooler als du. Na, scheiß die Wand an, ey, nein, fuck. Weißt du, ist es eigentlich, ist es gar nicht mal so schwer. Du musst es einfach nur richtig gut taktisch machen. Taktisch, also. Taktisch. Ich hab's geschafft. Du brauchst eine Taktik, René. Ohne Taktik wird das nix bei dir. Vor allem nicht bei dir. Oh. Alter. Ich mein, du bist ja schon Flash-Tunnel-LPs, ne? Also. Oh, ich hasse das, wo eine Druckplatte ist. So. Wow. Super. Zu fett. Komm nicht, ich's loch. Du bist. Nein. Ich schaff das. Jetzt. Zu fett. Du bist so richtig ein Arsch, Mann. Ich weiß das eigentlich. And now let her jump something worse. Ohne. Ja, da stehst du. Ach so, Checkpoint schon. Mach den wieder auf. Hä? Was ist das denn hier? Hä? Ach so. Ah. Ohne. Komm, jetzt. Jump in one, René. Schaff's. Schaff's den Arsch? Ja, ich schaff's. Ich weiß nicht, ob der jetzt auf ist. Cheaten. Halt. Stopp. So, ich hab's auch aufgemacht wieder. Scheiße. So nett und freundlich, wie ich ja bin. So nett und freundlich, ne? Ah, du bist so. Komm. Okay, ist das. Ja, genau. Aufhören. Halt. Halt. Stopp. Danke für deine Treppe hier. Baut einfach den Schalter ab. Ja, dann wird er nicht wieder hingeblägt. Das ist Cheap-Material, falls wir unseren Schalter mal nicht finden sollten. Wir müssen lieben. Oh, der Boss. Der Boss. Ja, als wenn, ey. Größte Lachnummer der Erde. Ja, man merkt irgendwie, dass wir beide schon wieder voll einen an einem Waffel haben. Schon wieder? Schon immer. Falls die Leute, die jetzt gerade neu auf den Kanälen dazukommen, solche Videos sehen, denkt euch nichts dabei. Drückt einfach auf den Abo-Button, verfolgt uns und dann wisst ihr warum. Drückt einfach auf den Abo-Button. Ja, ist doch so. Ohne Scheiß, ey. So ein Behindertist, dass wir da jeder sehen. So dumm und behindert, wie wir uns immer anstellen. Und das ist ja naturell so, ne? Das ist ja nicht verstellt für die Leute, die das jetzt wieder denken. Ihr verstellt euch in euren Videos. Ne, ist nicht so. Wir sind auch Natur so behindert. Naturbehindert, angeboren. Sorry, Minecraftio, but your princess is in another hole. René, der war richtig mies. Was denn? Angeboren. Das kannst du doch nicht sagen. Was denn? Ja, behindert und angeboren. Das ist immer angeboren. René, der hat ein Loch im Kopf. Nein. Was, habe ich ein Loch im Kopf? Ein Loch im Kopf, habe ich gesagt. Ach so. Ein Loch. Dein Gehirn ist rausgeflutscht. Rausgeflutscht, wa? Wo bist du denn? Bin ich die ganze Zeit alleine am Schirm? Ich schaff das heute noch. Der Boss kommt. Der Boss. Der Baba. Der Babo. Der Baba. Oh Gott, wie willst du das denn schaffen hier? Du bist ein richtiger Jockel, weißt du es eigentlich? Nee, ich wurde gerade angeschrieben von jemandem. Deswegen war ich gerade ein bisschen Brain-Afgar. Brain-Afgar. Liest er wieder Texte vor? Nee, und zwar von... Hey und Willkommen. Wieso? Schauspielkünste. Ja, Flash, du musst ja seine Schauspielkünste bei Hey und Willkommen. Ich bin Herr Piep. Jetzt komm doch mal hier hin, du Behinderung. Jetzt komm. Bitte jetzt mal reinschreiben, wer gemein ist. Ich will mal wissen, was du da oben machst. Mal sehen, ob alle Leute, die diesen YouTube-Buds kennen, einfach mal reinschreiben, wer das war. Ne? René? Hä, was? Wer Hey und Willkommen, ich bin Herr... ... ist. Ja. Ne? Also, wenn ihr den kennt... Ich verstehe das gar nicht. Wie geht das dir an, wenn ich auf die Druckplatte gehe? Ach, dann. Bist du zu behindert oder was? Ah, dann gehen die alle gleichzeitig, aber... Du musst so schnell sein, mein Gott. Hä, wo muss man denn hier drauf gehen? Hier auf den Rand. Du hast so viel Mett geraucht. Was ist denn... Nein, ich hab's geschafft. Was ist denn mit dir? Hat das Spawnpoint-Gesetz? Funktioniert bei mir nicht. Was ist denn mit deinem Mett da schon wieder? Ich bleib hier jetzt so lange drauf stehen, bis es hat funktioniert. So. Na, scheiße. Ma, ich bin richtig schlecht schon wieder hier heute. Oh, Alter. Aber ich würde sagen, da mit dieser Stelle hier war's das an... Ich kann nicht mehr sprechen. Hashtag Mett im Mund. Nein, okay. Patrick Mett aus dem Mund. Okay. Dann würde ich sagen, das war's hier mit dem Part. Schreibt gerne rein, wer denn das war, gerade eben. Und, ähm, ja. Gerne eine positive Wertung dalassen. Die 100, keine Ahnung wie viele Likes, 155, glaube ich, sind's auf dem ersten Part. Dankeschön dafür. Den letzten Part gibt's beim... Gab's beim Flash-Tune? Da auch vorbeischauen. Oder beim René. Das bin ich. Ja, der da, der da, der da, hier die ganze Zeit durch die Gegend hüpft wie so ein Behinderten. Und ja, dann würde ich sagen, das war's mit diesem Part. Den nächsten gibt's dann auch wieder bei René am, äh, morgen und dann... Am, am Morgen. Ähm, ja. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.